Herzlich willkommen in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Herzlich willkommen im Reich des Messens, im Reich der Meteorologie, wie man das auch nennt. Sie sind jetzt an einem Ort angelangt, an dem wir es ziemlich genau nehmen. Wir messen nämlich zum Beispiel Sekundenticks bis auf 16 Stellen hinter dem Komma genau. Wir zerlegen den Meter bis weit hinab in die Nanowelt. Wir kennen das Kilogramm bis auf wenige Millionstel Gramm genau oder können bei den elektrischen Stromstärken auch mit Picoampere etwas anfangen, also zwölf Stellen nach dem Komma noch messen. Denn tatsächlich ist genau das unsere eigentliche, ja sogar im Gesetz festgelegte Aufgabe, nämlich die Sekunde, den Meter, das Kilogramm, das Ampere und alle anderen physikalischen Einheiten so genau wie möglich darzustellen und weiterzugeben. Lachs gesprochen könnte man auch sagen, wir machen die Einheiten und sorgen dafür, dass alle mit einheitlichen Maßen messen, nicht nur in Deutschland, sondern sogar weltweit. Und mit dieser Aufgabe sind wir das nationale Meteorologieinstitut Deutschlands und eines der führenden Meteorologieinstitute weltweit. Weil es die PDB gibt, können wir uns alle auf die Messungen des Alltags verlassen. Wir können nicht nur der Supermarktwaage vertrauen, sondern auch unseren Strom-, Wasser- und Gaszählern. Wir brauchen bei der Zapfsäule an der Tankstelle nicht misstrauisch zu sein und auch nicht, wenn unsere Geschwindigkeit im Straßenverkehr oder unsere Blutwerte im Labor gemessen werden. Denn bei all diesen Alltagsmessungen spielt die PDB die zentrale Rolle, indem wir nämlich die Prototypen der entsprechenden Messgeräte genau unter die Lupe nehmen und auf Herz und Nieren prüfen. Und erst nach unserem Okay dürfen diese Messgeräte tatsächlich eingesetzt werden und dann können auch die Eichämter anfangen zu arbeiten. Weil es die PDB gibt, hat unsere Industrie einen höchst kompetenten Partner an ihrer Seite. Wir sorgen für eine hochentwickelte meteorologische Infrastruktur in Deutschland und unterstützen mit unserem Know-how die Entwicklung neuer Technologien. Und das tun wir übrigens schon seit über 128 Jahren, als die PDB damals noch als Reichsanstalt von Werner von Siemens und Hermann von Helmholtz mit genau dieser damals wie heute enorm und zunehmend wichtigen Brückenfunktion zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft als erstes Meteorologieinstitut weltweit gegründet wurde. Und weil es die PDB gibt, hat die wissenschaftliche Welt der Meteorologie eines ihrer leistungsfähigsten Institutionen. Unser messendes Können geht dabei sowohl in die Breite als auch in die Tiefe. Für nahezu jede Einheit gibt es in der PDB ein Speziallabor, das sich um die gesamte Skala dieser Einheit kümmert. Also beim Kilogramm etwa von Mikrogramm bis zu mehreren tausend Tonnen. Bei der Temperatur fast vom absoluten Nullpunkt bis hin zu mehreren tausend Grad. Und unsere wissenschaftlichen Tiefenbohrungen gehen oft sogar so weit, dass die Experimente der PDB tatsächlich das Maß aller Dinge darstellen. Keiner misst dann mehr genauer. Also, wenn Sie es genau wissen wollen, fragen Sie die PDB. Und in diesem Sinne nochmal herzlich willkommen.